Hallo und Willkommen zurück zu Let's Play Star Wars, äh Lego Star Wars, die komplette Saga. Und es ist länger her, muss ich jetzt zugeben. Ne, äh Kapitel 2, äh Kapitel, oh Gott, das wird, Episode 2 haben wir abgeschlossen. Ja. Und sind jetzt in Episode 3. Stimmt, da war was. Ja, dann wollen wir mal, ne, loslegen. Ja, Episode 2 hat hier abgeschlossen mit dem Kampf mit Count Dooku. Schlacht über Coruscant. Ich glaube, das ist übrigens die einzige Mission, in der man in der Story auch alles an Minikits holen kann. Also alle Minikits holen kann, alle 10 Stück. Was ich natürlich versuche. Ansonsten ist es eins der Level, die ich als erstes spiele beim, wenn wir, wenn ich es nochmal spiele beim Wiederholen. So. Ich bin absolut gut in dem Spiel, ich seh's schon. So. Ich seh schon, dass mit den Minikits wird schwerer, als ich's in Erinnerung hatte. Oh, da ist eins. Jawoll. Da hinten ist noch eins, ich seh's doch. Müssen wir da jetzt gleich noch hin? Ja, da müssen wir jetzt hin. Na komm. Jo. Jawoll. Oh. So. Ei, 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 ei. War hier auch noch eins? Ich dachte, das wäre der rote Stein. Aber, nein. War er nicht. So, und der dritte haben wir jetzt auch. Der Trick ist eigentlich so simpel wie, äh, wie einfach. Einfach schießen gedrückt halten. Irgendwas trifft man schon. So. Da ist noch ein Minikit, ich seh's doch. Ich seh's doch. Ja, komm. Ei, ei, ei. Schieß da drauf. Da fließt du schon hin, dann gehen die Schüssel irgendwo hin, immer. So. Da ist noch eins. Jawoll. Ah, ich muss mich hier konzentrieren, weil, äh, es sieht halt nicht so schwer, es ist auch nicht so schwer, aber, wenn man sich nicht konzentriert, könnte es, äh, schwer werden. Oh, da ist noch ein Minikit, ich seh's. Komm ich da jetzt hin? Ja. Da komm ich hin und da hab ich's. Jawoll. So. Ja, komm. Da hab ich getroffen. Da hab ich's auch getroffen. Perfekt. Das ist auch noch ein Minikit. Ha! So, das sollten wir ja kriegen, ja. Acht von zehn, ja, passt doch schon mal, ne? So, jetzt muss ich mich hier ein bisschen konzentrieren, weil, ich weiß, eins ist so richtig mies versteckt und ich weiß auch nicht, ob ich da schon vorbei bin. Also, was heißt versteckt? Oh, hier haben wir auch den roten Powerstein. Ich weiß, dass eins nicht so offensichtlich ist. Hier haben wir noch eins. Kann aber auch sein, dass ich das schon hab oder kann auch sein, dass ich schon vorbei bin. Das weiß ich jetzt nicht. So, wir haben den wahren Jedi. Aber ich guck grad, wo das letzte Minikit sein könnte. Und ich seh's grad nicht. Da, ne, doch nicht. Hä? Wo ist das? Da unten. Ich seh's, ich seh's. Ah! Jawoll! Guck mal, zehn Minikits, war er Jedi, der rote Stein. Na, ich würd sagen, Level abgeschlossen. Das ist auch übrigens eins der Level, die ich echt gut finde. Und, ähm, die ich hier auch wirklich feiere. Und was mach ich hier? Der Player reagiert nicht. Das find ich so toll, aber easy. So. Ja, ich würd sagen, das ging ja relativ gut. Intelligente Fahrzeugbombe. Mal zwei wär mir lieber. Dann könnten wir nämlich auch schon in jedem Level viel schneller den wahren Jedi erreichen. So, die Starfighter haben wir jetzt auch. Na, hier war ja... Und jetzt kommen die Minikits. Das gucken wir uns jetzt mal an. Das haben wir nämlich jetzt voll. So, und das ist ein Druidenschiff. Oh, und das gibt auch noch... Oh, ich seh grad, das gibt auch noch mal richtig fett Kohle. Ei, ei, ei. Das wusste ich nicht mehr, dass das so krass Kohle gibt. Aber gut. Ne? Ich beschwere mich nicht darüber. So, ordentlich goldenen Steine gesammelt. Und wir setzen die Story einfach mal fort, weil das Level war ja auch nicht wirklich lang. Nicht wahr? Das Level war ja auch nicht lang. Also die Schrift, die überspringe ich immer noch. Ich mein, wie gesagt, ich bin kein YouTube-Partner. Obwohl es wär schon cool, das als Beruf zu machen. Aber ich glaube nicht, dass das bei mir so schnell funktionieren würde, weil ich... Hab halt auch nicht viele Abonnenten. Noch nicht. Oder auch... Gar nicht. Wer weiß, ob ich welche noch dazu bekomme. Obwohl, ein paar hab ich dazu bekommen. Das ist auch sehr toll. Da bin ich auch dankbar drüber. Ne? Aber ich mach das auch... Muss ich sagen... Also auch früher schon. Ne, geht nicht kaputt. Mehr aus Spaß. Einfach um meine Spieler vor allem so ein bisschen festzuhalten und so, ne? Und das wär halt so ne schöne Nebensache. Aber ob das jetzt halt so qualitativ hoch ist, dass sich Leute das angucken würden, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Na, jetzt hab ich ja auch Minecraft-Achterbahnen hochgeladen. Wahrscheinlich schon vor ne Ewigkeit, wenn ihr das Video hier seht. Ähm. Weil ich vieles vorgedreht hatte. Weil ich, äh... Über Karneval keine Zeit hatte. Und... Nein. Nicht wegen Feiern, sondern... Wegen der Arbeit. Äh. Da hatte ich... Viel zu tun. Ja, und dann kommt ja auch noch hier die Sache, dass die Leute hier momentan so verrückt sind wegen... Äh. Ne, ihr wisst schon. Vielleicht hat sich das, bis das Video raus ist, schon wieder geändert. Vielleicht hat sich das auch verschlimmert. Keine Ahnung. Schöner wär erstes. Ne, das wär schon ganz toll, wenn sich das nicht verschlimmert. Sondern wenn es wieder... Oder wenn es so einigermaßen in Ordnung wäre. Wenn man sagt, okay... Äh... Heilmittel gefunden, was weiß ich nicht. Ne. Mal gucken. Werden wir alles sehen. Also ich glaube, mit den Dingern gibt's hier noch ein Minikit bestimmt. Oder irgendwas Tolles gibt's hier. Sonst würden die auch Geld ausspucken. Einfach nur wie die hier. Also ich glaube, da... Gibt's Geld. Ja, okay. Sie haben nicht einzeln Geld ausgespuckt. Sie haben im Ganzen Geld ausgespuckt. Gut, kann man machen, ne? Ist ja auch immerhin toll. 2000 Stats. Nehme ich auch gerne an. Natürlich geht das. In Episode 1 Qui-Gon konnte nur diese Macht nicht. So. Obi-Wan kann einfach die Verteidigung mit dem Lichtschwert, Freunde. Da habt ihr keine Chance gegen. Also sind auch mit meine Lieblingscharaktere. Obi-Wan und Qui-Gon Jinn. Auch wenn man Qui-Gon halt zumindest jetzt in den Filmen nur eine Episode lang gesehen hat. Und da auch nicht so oft. Aber das ist halt wirklich... Das sind halt so meine Lieblingscharaktere. Bin ich auch ehrlich. Aber meine absoluten Lieblingscharaktere. Also natürlich R2D2 und C3PO. Standardcharaktere. Klar. Ne. Die Druiden. Immer. Aber... So weiß ich nicht. Also Obi-Wan und Qui-Gon sind trotzdem so... Nonplusultra. Weswegen ich auch wahrscheinlich so einer der wenigen bin, die das Spiel... ...Star Wars Obi-Wan echt gut finden. Weil da gibt es ja auch noch mehr zum Hintergrund von Qui-Gon und so zu erfahren. So, hier bauen wir R2D2. Ne. Und das fand ich halt auch absolut gut. Weil da hat man ja auch... Boah, ich... Lasst mir nicht lügen. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Aber ich glaube, da hat man doch auch so ein Level in so einer Mine gehabt. Das zweite oder dritte Level muss das gewesen sein. Und, ähm... Das fand ich auch absolut gut. Auch wenn die Gegner absolut scheiße waren. Weil... Die waren wirklich absolut räudig. Ja. Das... Ich hatte das auch so vor. So hatte ich das auch vor. Ich werde ja noch sterben. So. Oder auch nicht knappe Sache. Boah, Episode 3, muss ich übrigens sagen, habe ich nicht so oft gesehen wie die anderen Episoden. Irgendwie hatte mich das... Äh, hatte mich das... Oi. Irgendwie hatte mich das alles nicht so gereizt wie, äh, Episode... 4, 5 und 6 natürlich. Ich glaube, weniger habe ich nur die neuen Episoden gesehen. Weil ich die halt nur im Kino gesehen hatte. Und... Leider auch... Qualitativ nicht so gut fand wie... Ja, 4, 5 und 6 ist jetzt zu viel gesagt. Weil es sind die besten Episoden. Damit kann man sie aber auch jetzt nicht groß vergleichen. Weil es war neu. Es war noch mit, äh... Ja, man kann schon sagen, es war mit Liebe gemacht. Es war natürlich auch... Wollte man damit Gewinn erzielen. Aber es war trotzdem... Fand ich noch was anderes. Die neuen Episoden sind halt eher so... Ah... Ja. Fand ich halt nicht so mit Liebe gemacht. Okay, wir gucken noch mal in den anderen Gang rein. Vielleicht gibt es ja noch irgendwie ein Secret oder so. Und, ähm... Episode 1 bis 3... Muss ich sagen, fand ich auch nicht so schlecht wie alle anderen es sagen. Obwohl ich es halt auch nicht gut fand. Also... Unter anderem, ja... Da lässt sich jetzt drüber streiten. Weil einerseits fand ich ihn nicht schlimm. Ich bin gestorben. Toll. Dabei wollte ich nur das Herz holen. So. Hier haben wir ordentlich Herzen bekommen. So. Ja, aber, ähm... Zum Beispiel Jaja Binks. Na, den fand ich jetzt... Ah, den fand ich jetzt auch nicht gut. Aber halt auch nicht so schlecht wie, äh... Wie viele sagen. Es war halt mal was Neues. Es war halt nicht dieses... Ne, dieses, äh... Übliche, was man kennt von Star Wars. Es war halt mal so ein bisschen... Familienfreundlicher, würde ich jetzt sagen. Ob es jetzt der richtige Schritt war, lässt sich drüber streiten. Natürlich. Weil... Naja... Jaja war jetzt nicht die beste Idee. Naja, da... Vielleicht noch was anderes drin. Aber... Ich meine, es kam einfach sogar eine neue Rasse rein. Die Gungans. Total geil. Naja, so... Das ist halt genauso wie bei Jedi Fallen Order. Ähm... Ja, hier jetzt... Lego Star Wars... Man lernt viele Charaktere kennen. Aber ob das jetzt halt so, ähm... Halt so krass ist für die, äh... Fürs Universum an sich... Lässt sich drüber streiten. Woher komme ich jetzt hier wieder hoch? Wenn ich jetzt hier runtergehe. Oh. Da habe ich sogar noch einen blauen vergesst. Guck mal, hat sich gelohnt. Jetzt sag mir nicht, das ist nur der Aufzug. Ach, leck mich am Arsch. Ich dachte, er schaltet noch irgendwas Tolles frei hier. Äh, es stockt. Warum auch immer. Ich weiß auch noch nicht, warum es halt öfter mal stockt. Es ist auch immer nur so... Ja, seht ihr ja selbst. Ein paar Mal und dann fängt sich das wieder. Ich habe keine Ahnung, warum. Also, am PC kann es nicht liegen. Die Settings habe ich jetzt zwar nirgendwo stehen, aber es ist schon ein guter PC, möchte ich mal anmerken. Also, ich kann damit vollen Order auf der höchsten Einstellung spielen. Ich bin mir sicher, daran liegt es nicht bei Lego Star Wars. Ähm, ich weiß aber auch nicht, woran es liegt. Und das kommt aber auch, wenn ich nicht aufnehme. Also, an der Aufnahmesoftware liegt es, äh... Auch nicht. Achso. Ist ja gerade gestorben. Okay, sorry. Hey. So, hier stockt es schon wieder. Ich weiß, wie gesagt, ich weiß nicht, warum. Das ist halt gerade so ein bisschen störend, weil wenn ich hier so einen Drahtseilakt vollführe und darunter falle, ist es sehr nervig. Das wollen wir nicht. Das will keiner. Das soll ja nicht nervig sein. Aber ich weiß nicht, warum es stockt. Ja. Keine Ahnung. Ich hab mal nachgeguckt. Nichts gefunden gehabt, womit ich es beheben konnte. Also, es gibt schon mal so ein paar Sachen, wo es stockt. Aber, äh... Die Gründe waren jetzt andere, als ich hier hab. So, wir holen erst mal den blauen. Ach, guck mal hier, für Anakin. Also, für den kleinen Anakin, den jungen Anakin. Der große fällt lieber immer runter. Nein, das stockt schon wieder. Ah! Ah! Ah, er will da an diese Konsole gehen, anstatt ihn anzugreifen. Boah, das macht mich sauer. Das ist zweimal doof. Doof! Ich habe nicht mal B-Gedrück. Ich habe X gedrückt, damit er das Druidika angreift. Stattdessen... tot. So. Wir kennen ja den Trick. Ah! Aber manchmal finde ich die Steuerung zum Kotzen. Na klar, stelle ich mich auch ein bisschen blöd an, bin ich jetzt auch ehrlich. Aber... Es wird auch nicht immer das gemacht, was ich gerade vorhabe. Oh. So. Ah! Hallo! So. Das können wir hier mal ein bisschen aufruhen. Und ein paar Stats-Farm. Und danach machen wir Count Dooku fertig. So. Oh, nee. Da oben ist noch was. Da müssen wir natürlich erstmal gucken, ne? Guck mal. Ui. Das könnte einen Unterschied machen zum wahren Jedi und zum nicht-wahren Jedi. Der Count Dooku wartet da ja auch sehr nett. Also... Ist schon gar nicht mal so der schlechte Typ, ne? Doppelsprung nicht gemacht, das meine ich übrigens. Vielleicht gibt's auch einfach nur, weil's... Ich meine, das ist schon älter. Wie alt ist jetzt, ähm, die komplette Saga? Warer Jedi? Lass es schon so zehn Jahre sein oder so. Ah, okay. Ich hab den Trick rausgefunden. So. Zwei Leben noch, Kollege. Dann bist du weg. Was geht da? Gibt's hier unten eigentlich noch was? Ne. Okay, ich dachte, hier könnte man reingehen. Und tschüss. Joa. Die Szene haben sie natürlich nicht gezeigt. Ne. Die ist ja auch klar da oben raus. Senator... Palpatine. Ja, jeder weiß, was aus ihm wird. Keiner mag, was aus ihm wird. Keiner mag, was aus ihm... Ich spoiler jetzt nichts. Aber... Ich muss sagen, ich fand's nicht gut. Ich fand's nicht gut. Die... Also... Ich sag mal Episode 9. Die meisten werden wissen, worauf ich sitz hier. Okay, da war ein blauer Stein. Ja. So. Ach, da unten müssen wir rein mit nem Detonator. Hier ist aber noch irgendwo ein Minikit. Oder? Nein? So. Oder können wir da so rein? Das weiß ich jetzt nicht. Muss ich jetzt einmal gucken. Ja, ja, ist okay. Ne, dafür brauchen wir Detonator. Ja. Da ist der Powerstein drin. Ich weiß jetzt nicht, ob es der mal zwei ist. Aber den möchte ich mir halt auch... ähm... Beim Backtracking... zuerst holen. Ne, und... Ja. Weil das ist ja sehr, sehr vom Vorteil. Da können wir uns nämlich auch alles direkt kaufen, wenn wir sehr viele Stats haben. Ne, weil wir brauchen ja auch noch einige Charaktere. Nein! Ah, hier steht mir alle im Weg. Das ist nicht schön. Ach so. Da war was. Genau. Musste man zusammen aktivieren. Ah! Hör auf zu stoppen. Da ist doch immer nur drei Stock und dann geht es wieder. Und ich weiß einfach nicht, woran es liegt. Also wirklich, es ist... Ich gucke da nochmal weiter nach. Irgendworan muss es liegen. Vielleicht Windows 10. Keine Ahnung. Wundern würde es mich jetzt nicht unbedingt. So, müssen wir da... Ja, da müssen wir nicht rein. Hätte ja auch ein Durchgang sein können, ne? Die werden ja immer so irgendwie angezeigt. So, wo ist R2? Er fliegt durch die Gegend. Aha. Hier greift er übrigens an, obwohl er jetzt an die Konsole soll. Ah, ist das schön. Joa. Die tollen Truppen vom... Vom, äh, General. Kein Problem. Was ist... Was... Ach, hier ist... Wäre auch noch ein Power-Up gewesen. Okay. Ja gut, guck mal. Können wir jetzt gebrauchen. So. Perfekt. Das müssen wir wieder zusammen betätigen. Aber vorher gehe ich hier mal rum, weil hier könnte bestimmt noch was liegen. Ja, hier könnte bestimmt noch was... Guck, 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 guck. Siehst du? Ich sag doch. Hier könnte bestimmt noch was sein. Und würde mich nicht wundern, wenn auf der anderen Seite auch noch was ist. Ich habe jetzt nicht mit dem Minikit gerechnet. Ich dachte eher, okay. Wie da vorne auch. So ein paar blaue oder so. Ne. Ähm. Joa. Ich will mich aber nicht beklagen. Das ist bestimmt toll, wenn so ein großes Raumschiff einfach so auf dem Planeten kracht. Obivac. Obi-Wan. Kenobi. Episode 3. Ende gegen Skywalker als Jedi. Kanzler Palpatine. Ah, Kanzler war er da ja noch. Nicht Senator. Stimmt. Ah, ne, ne. Der war ja vorher Senator und dann war er Kanzler. Also. Ich komme jetzt schon durcheinander. Jetzt gehen wir aber erstmal in die Kantina und werden uns... Die Charaktere mal kaufen. Die wir bis jetzt kaufen können. Ja, die Powersteine noch nicht, weil... Ja. Hier raus. Die Powersteine noch nicht, weil... Ja. Braucht man nicht. Also brauche ich nicht. So. Wo sind sie? Hier. Wir werden sie, glaube ich, nicht alle kriegen. Ne. Hier, der Count Doku ist schon... Schon teuer. Haben wir nicht schon jemanden mit dunkler Energie? Also dunkler Macht? Ja. Love Mall. Wir haben jetzt eigentlich schon... Den Django haben wir auch mit der Rakete. Wir haben eigentlich schon alle, damit wir sogar zurückgehen könnten. Und schon alles freischalten könnten. Aber wir werden erstmal die Story durchspielen. Weiter geht's in der nächsten Episode aber. Und bis dahin, sag ich mal, auf Wiedersehen.